Hallo und willkommen meine lieben Zuschauer, Abonnenten, Nicht-Abonnenten, die, die es bald werden wollen, die, die es nicht werden wollen, aber sich dazu gezwungen fühlen, die, die ich dafür bezahlt habe und die, die es sogar freiwillig machen, zu einer neuen Folge der Darth News. Ach, ich finde diese Namen immer etwas albern, aber egal, jetzt zieh ich's durch. Die letzten Darth News sind ja schon ein bisschen her, aber ich hab gedacht, ja, wir haben mal wieder ein Jahresende und dann mache ich jetzt auch mal so ein kleines Infovideo mit ein paar Bildchen im Hintergrund, also wahrscheinlich nichts Animiertes mehr, weil ich einfach zum Jahresende diesmal nicht so ganz viel Zeit hab wie letztes Jahr. Und ja, so einen kleinen Spickzettel hab ich mir auch gemacht mit ein paar Punkten, die wir jetzt mal systematisch abarbeiten und dann hoffe ich, dass ich nicht ganz so viel quassle, damit ich hier keine drei Stunden Aufnahme hab. So, also Punkt eins, hallo an alle Alt und Neu. Ja, das hab ich ja jetzt gemacht. Willkommen, willkommen. Zweitens, Rückblick 2013. Ja, in den letzten Monaten war es ja etwas ruhiger bei mir. Ich habe auch nicht regelmäßig Videos gezeigt aus dem einfachen Grund, wie ich es schon mehrmals auch bei mir auf der Facebook-Seite geschrieben hab. Neuer Job, neuer Stress, ich hab echt viel zu tun. Ich bin manchmal zehn Stunden auf der Arbeit und wenn ich dann abends nach Hause komme und den Fehler mache, meinen dicken Hintern auf die Couch zu fläzen, dann sorgt irgendwie so eine plötzliche Verstärkung der Schwerkraft dafür, dass ich meinen Arsch da nicht mehr so leicht hoch bekomme. Und deswegen bin ich etwas träge geworden, was das Erstellen von Let's Plays angeht oder auch das Zocken allgemein. Ich komme momentan so gut wie gar nicht zum Zocken. Außer jetzt halt in dieser Vorweihnachtszeit zum Beispiel, wenn ich mal Urlaub hab und ein bisschen Ruhe. Heute ist es dann auch wieder eng, weil heute ist die Deadline für Weihnachtspost, aber egal. Ich nehme das übrigens am 23.12. auf. Ich weiß nicht, ich versuche es mal heute vielleicht auch online zu bringen, aber egal. Ich komme vom Thema ab, Rückblick 2013. Es war jetzt in den letzten Monaten nicht viel. Ich werde versuchen, in den nächsten Monaten bzw. im nächsten Jahr sieht es so aus, ich möchte natürlich wieder regelmäßiger was zeigen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten Tag oder drei, viermal die Woche, je nachdem, wie ich Zeit zum Zocken habe. Und ich möchte auch nächstes Jahr wieder öfter Livestreams bringen. Ich habe es in der Vergangenheit, es ist schon länger her, aber ich habe Project Zomboid oder Zomboid, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, Livestreams gemacht und es hat mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Tolle ist, ich habe jetzt hier auch einen zweiten PC. Das heißt, ich könnte auch nebenbei ein bisschen unproblematischer den Chat verfolgen und vielleicht so auf Fragen eingehen. Vielleicht hätte ja auch mal einen Co-Kommentator Bock, einfach dabei zu sein, ein bisschen zu quaken, mir zuzugucken. Dafür müsste ich mich ja dann mit der technischen Materie ein bisschen auseinandersetzen. Aber vielleicht hat ja einer meiner Co-Moderatoren oder die, die Bock drauf haben, auch ein bisschen mehr technisches Verständnis und die Erfahrung dafür, um mir ein bisschen zu helfen. Wäre ich sehr dankbar für. Also Livestreams, nicht nur vom Project Zomboid, sondern vielleicht auch, weiß ich nicht, für spontan, vielleicht einfach mal ein Flashgame oder irgendwas. Das müsste man mal gucken oder ein Horrorspielchen oder einfach mal wirklich so ein altes Spielchen aus meiner alten Zocker-Schatzkiste. Mal gucken. Ja, und ansonsten werde ich, apropos Zocker-Schatzkiste, ich werde wieder verstärkt ältere Spiele zeigen, neue Spiele vereinzelt. Also, es sei denn, es sind wirklich so Spiele, wo ich sage, boah, die will ich jetzt unbedingt zeigen, let's playen. Aber ansonsten möchte ich wieder verstärkt, Back to the Roots, ich möchte wieder ältere Spiele zeigen, das, was ich vorher gemacht habe. Ich werde jetzt Star Trek abschließen und Blade Runner. Und dann werde ich mal die nächsten ein, zwei Schätzchen aus meiner Kiste kramseln. Ja, soviel zur Vorschau 2014. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Ähm. Ja, 2014. Mal gucken, ob ich da vielleicht die 500-Abonnenten-Marke knacke. Höhöhöhöh. Aber wenn, dann wird es auch dann natürlich wieder ein kleines Special geben mit einem Gewinnspiel. Kann ich jetzt schon mal ankündigen, falls es soweit kommen sollte. Mit tollen Preisen. Doch, ich werde mir echt was einfallen lassen. Ja, meine Katzen räumen mir im Hintergrund ein bisschen auf. Bereiten schon mal alles für Weihnachten vor. Finde ich total töfte von denen. So. Ja, das war es jetzt eigentlich schon zu dem Rückblick, zu dem aktuellen Stand und zur Vorschau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten muss ich gleich nochmal zurück zum Thema kommen. Immerhin nehme ich schon fast viereinhalb Minuten auf. Boah, ich bin ja voll schnell hier. Also 20 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten wollte ich zumindest vollkriegen. Und ich bin jetzt schon mit dem Thema durch. Ich habe nämlich hier nur noch Special Shanks. Und Tschüss auf dem Zettel stehen. Fällt mir sonst noch irgendwas ein, was ich euch erzählen konnte? Special Thanks. Ich glaube, da könnte ich ein bisschen ausschweifend werden. Also ich möchte an dieser Stelle natürlich meinem, meinem, wie soll ich es jetzt nennen, meinem YouTube-Papa, der, der mich bei meinen ersten Schritten bei YouTube begleitet hat und mich auch bis heute noch begleitet und ein sehr lieber Freund von mir geworden ist, den möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich grüßen, ganz lieb Danke sagen und fetten Knutscher auf die Wange drücken. Und zwar ist das der Sim, von der Sim Zone. Ist ein ganz toller Typ, auch wenn er manchmal, man muss ihn einfach mögen. Also, ich schneide das, glaube ich, raus. Es kommt irgendwie, es gibt kein Aber. Ich mag ihn. Ich finde, es ist ein ganz toller Mensch. Ich habe ihm auch viel zu verdanken und ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit ihm an meiner YouTube-Seite. Ja, dann, ja, danken, ja, doch danken und Hallöchen sagen, Special Thanks und Special Greetings dann auch zu dem lieben Bruga und dem Lunatic. Lunatic. Auch so zwei töfte Typen. War ich letztens noch spontan zu Gast bei einem Livestream. Das war sehr lustig, muss ich sagen. Also, könnte ich mich wirklich dran gewöhnen mit den beiden Flöten. Der Frohgogi war auch dabei. Den möchte ich natürlich an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen. Da habe ich seine Let's Plays, habe ich jetzt vor kurzem erst kennen und lieben gelernt. Also, ich stehe total auf seinen Crisis. Also, er hat jetzt Crisis 1 aktuell und, ah, wie hieß das andere nochmal? Verdammt, jetzt ist es peinlich. Ich gucke es gerne. Wirklich, ich gucke jeden Teil, wenn sobald der rauskommt. Aber ich habe den Schüttel vergessen. Das ist immer so ein Gruselspiel. So, äh, basierend auf, was heißt basierend? Darüber gibt es jetzt auch letztens erst so einen Kinofilm. Dead, 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 äh, irgendwas. Das ist auf jeden Fall das Letzte, was er gerade hat. Guckt einfach mal in seinen Channel von Frohgogi. Also, Bruga, Lunatic, Frohgogi. Vielen Dank und einen herzlichen Weihnachtsgruß auch von mir an dieser Stelle. Ähm, sonst noch jemanden? Boah, wenn ich jemanden vergesse, das wird peinlich. Ich möchte natürlich allen meinen Abonnenten herzlich danken, die mir auch in der, äh, Zeit der Abstinenz von mir die Treue gehalten haben. Die mir immer wieder mit lieben Worten Mut machen, weiterzumachen. Es ist wirklich, also, es hört sich immer an, als wäre das nur so dahin gebrabbelt, aber es ist wirklich, ähm, so eine Aufmunterung. Also, man hat, man weiß nicht, soll man es überhaupt noch weitermachen, weil Let's Player gibt es ja mittlerweile mehr noch als Sand am Meer. Da hat man eigentlich, ja, was heißt keine Chance, dann irgendwie was zu reißen. Also, ich will jetzt auch nicht hier einen auf, äh, wie hieß der nochmal, einen auf Gronkh machen. Auf keinen Fall. Ich mache das, weil das ein Hobby von mir ist, weil ich das gerne mache. und weil ich mich einfach immer so sehr über positives Feedback von meinen Abonnenten freue oder auch von meinen Nicht-Abonnenten, sondern Leuten, die zufällig mal reingucken und sagen, hey, das ist eine tolle Idee. Ähm, ja, das finde ich total toll und dafür möchte ich mich dann an dieser Stelle auch bei allen bedanken. Vielen herzlichen Dank, das bedeutet mir wirklich immer sehr viel. Äh, ja, jetzt werde ich sentimental, aber es ist ja auch Weihnachtszeit und ich bin ein Mädchen, deswegen sei es mir verziehen. Ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Äh, Gott, Moment, ich muss mal eben nebenbei hier bei mir so durch den eigenen Channel klicken. Ich gucke ja ganz selten bei mir. Ich muss auch ganz dringend, muss ich gestehen, mal meine Videos in die entsprechenden Playlisten einsortieren, da bin ich echt eine faule Socke. Das mache ich eigentlich nie. Äh, ja, über die Weihnachtstage, äh, kurz nochmal zurück auf aktuellen Stand. Jetzt über die Weihnachtstage und zum Jahreswechsel werde ich, äh, The Walking Dead 400 Days und, äh, The Walking Dead Season 2 dann mal zeigen. The Last of Us geht auch weiter. Mal gucken, ob ich da jetzt die nächsten Tage zu kommen, noch weitere, ähm, Teile vorzubereiten, weil das bei mir mit meinem geringfügigen Equipment immer sehr lange dauert, bis ich die Teile soweit habe, die einzelnen Videos, dass ich die zeigen kann. Äh, so, ich wollte gucken, ob ich noch irgendwem danken kann. Mal eben gucken. Ja, ich glaube so, ja, alle die, denen ich jetzt nicht gedankt habe, die aber denken, hey, man, hast du mir nicht gedankt, ich habe doch dies und das gemacht. Ja, fühlt euch hiermit, äh, bedankt, äh, gedankt, meine ich. Ähm, ja, was sagt man denn noch so bei so, bei so, was habe ich denn bei den letzten Darth News so erzählt? Wahrscheinlich auch nicht viel konstruktiveres, oder? So viel dazu. Ja, ich werde jetzt noch schnell heute den Tag nutzen. Wie gesagt, ich muss noch schnell Weihnachtspost zu Post bringen. Ähm, ein paar Päckchen einpacken und dann mal schauen. Es wird jetzt, wie gesagt, ach, ich wiederhole mich eigentlich nur noch. Hm, tja, hm. Ich kann vielleicht an dieser Stelle nochmal auf meine Facebook-Seite hinweisen. Da zeige ich dann nicht nur meine Videos, was ja dann auch manche denken, wieso soll ich auf die Facebook-Seite gehen? Die zeigt ja da nur die Links von ihren Videos. Nein. Ich mache auch manchmal, äh, Informationen gibt es da von mir, Neuigkeiten, manchmal auch das ein oder andere lustige Bildchen, was ich zufällig entdeckt habe. Und ich verweise auch gerne zum Beispiel auf irgendwelche Angebote bei Steam oder beim Humble Bundle. Das aktuelle Humble Bundle kann ich zum Beispiel empfehlen. Das ist auch ein Spiel, weil was ich let's playen möchte. Oder was ich let's playen werde, was auf meine Liste kommt. Ähm, ja, Facebook-Seite check. Eine Homepage habe ich nicht. Brauche ich auch, glaube ich, nicht. Habe ich überhaupt gar keine Zeit für. Äh, habe ich noch was vergessen? Facebook. Da war doch irgendwas. Verdammt, ich bin so vergesslich. Aber in meinem Alter, mit meinen ganzen zwölf Jahren, kann man sowas schon mal vergessen, ne? Wenn man so ins Rosinenalter kommt. Ähm, habt ihr noch Fragen? Nicht? Ich überlege gerade. Ich werde mal jetzt einen kurzen Moment in mich gehen und das Schweigen dann mal rausschneiden. Oder ich werde irgendeine töfte Musik als Wartemelodie einfügen. Moment. Ähm, 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 Thinking Process. Please wait. Nö, ich glaube, ich habe alles gesagt. Mir fällt jetzt zumindest spontan nichts mehr ein. Ähm, für alle Abonnenten haltet mir auch weiterhin die Treue, auch wenn es mal wieder irgendwelche, ähm, ruhigeren Zeiten um mich rum gibt. Ich finde das, ich finde euch total toll, dass ihr bei mir seid und dass ihr mir zuguckt und mir die Treue haltet. Für alle neuen Abonnenten dann vielleicht noch mal ein herzliches Willkommen. Es freut mich, dass ihr mir euer Abo geschenkt habt und ich hoffe, ich enttäusche euch nicht und haltet mir auch bitte die Treue, wenn ich mal ein, zwei, drei Tage nichts bringe an neuen Videos. ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch, ähm, frohe Weihnachtstage, einen grandiosen Rutsch in ein fabelhaftes Jahr 2014 und schicke euch dunkle Grüße durchs Netz und freue mich auf das nächste gemeinsame Jahr mit euch und verbleibe an dieser Stelle mit ganz lieben, wenn auch düsteren Grüßen eure Darth Weirer. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.